Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen bei meinem Kanal. Heute öffnen wir einen neuen Set mit Mickey Mouse und Minnie Mouse. Wir haben die beiden Charaktere, deren Häuser und Pluto. Jetzt lasst uns die Schachtel öffnen. Dieser ist der Inhalt der Schachtel. Wir haben diese drei niedliche Charaktere. Unser Freund Mickey Mouse. Hallo Freunde! Die schöne Minnie Mouse. Sie trägt ein schönes rotes Rock mit weißen Punkte und natürlich eine schöne Schleife. Oh, wie süß sie zusammen sind! Nicht wahr? Und wir haben noch unser Pluto! Puff, puff! Puff, puff! Er trägt ein schönes grünes Halsband und ist wie immer fröhlich. Puff, puff! Puff, puff, puff! Jetzt sehen wir Plutos Haus. Puff, puff, puff! Es steht auch sein Name da. Puff, puff! Ein wunderschönes Haus! Phu, puff! Uuuuuhhhh! Er hat da eine Schüssel für sein Essen, einen Knochen und etwas zum Spielen! Toll und wir können es mit die anderen Häuser verknüpfen Nämlich so Jetzt sehen wir Mickys Haus Das ist Mickys Briefkasten Und es öffnet sich Oh, er hat einen Brief mit einem Hester drauf Sicherlich ist es von Mini Öffnen wir die Tür Und lasst uns reingehen Das ist Mickys Sessel Oh, wie gemütlich es ist Und er hat auch ein Fersen Schaut mal, da ist Donald Duck Mickys Freund Jetzt verknüpfen wir auch Minys Haus Wow, es ist komplett rosa Und mit vielen Herzen und Blumen Dieses Herz dreht sich auch Jetzt lasst uns sehen, wie es drinnen ausschaut Super, sie hat allerlei Küchengeräte Und einen Kühlschrank, der sich öffnet Lecker, so viel Käse Eine Teekanne Und ein Backofen Der sich auch öffnet Mh, das schaut aber lecker aus Und weiter hat sie auch zwei Stühle Und ein Tisch voll mit Süßigkeiten Minys und Mickys Haus können wir auch verknüpfen Und zwar so Aber zuerst müssen wir diese Schraube rausnehmen Ich zeige euch wie Gleich ist es fertig Tadam Jetzt können wir es leichter mitnehmen Was sagt ihr? Jetzt lasst uns damit spielen Lalalala Hallo Kinder Heute werde ich für Micky eine köstliche Torte vorbereiten Oh, es schaut sehr gut aus Was sagt ihr? Es ist sehr lustig, Donald Duck anzuschauen Aber jetzt muss ich den Briefkasten überprüfen Kommt mit Oh, ein Brief mit Herzen Was steht da rein? Aha, Torte, eingeladen Mini hat uns eingeladen Was soll ich hier dringen? Hallo Mini Oh, Micky Du bist gekommen Diese sind für dich Oh, Micky Dankeschön Ich bringe die Ballons Und komme gleich Meine Torte für dich, Micky Es ist so lecker, Mini Danke Mini, komm Ich möchte dir etwas zeigen Du sollst hier bleiben Ich komme gleich Oh, Micky Echte Ballons Vielen Dank für das Ansehen Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja Vergiss nicht mehr Ein Daumen nach oben zu geben Und sich an meinen Kanal zu abonnieren Bis nächstes Mal Tschüss Tschüss